So Jungs und Mädels, herzlich willkommen zum nächsten Zusatzgefecht. Ich habe meinen neuen Zusatzgefechtler gefunden, habe nämlich die SU-152. Soweit eigentlich nicht ausgebaut, also ich habe die Standard-Gun drauf. Ich habe jetzt gesehen, es gibt zwei verschiedene Guns, eine 7er und eine 8er. Die 8er ist nur etwas genauer als die 7er, ansonsten dieselbe Werte. Lohnt sich diese Waffe oder nicht? Also ich denke mal schon, weil sie beim nächsten Panzer wahrscheinlich dann mit drauf kommt. Ja, nach dem Motor nicht. Habt ihr jetzt gesehen, es ist ein bisschen gesprungen. Wird wahrscheinlich wieder lex. Ja, scheiße. Egal, sind die nur Zusatzgefechtler. Ich bin mal gespannt. Ich brauche auf jeden Fall noch 6.000, 30.000 Credits. Ich habe gar nichts mehr in Credits. für den Motor. Boah, der Hedge ist aber echt übel an, ey. Lange Nachladezeit. Okay, muss Ansetzer rein. Boah, der hat sich echt übel angehört. 695er Schaden. Die Idee ist ungenau wie nichts anderes, ne? Boah, der macht ja auch Schaden wie nix, ey, mit der Standardbewaffnung. Alles One-Shots hier. Boah, der VK ist doch ein bisschen doof. Und guck, ob das ein Bot ist. Fuba. Oh, Krantius spielt da mal nicht, aber. Boah, die Gantor, die E, das ist ja ein übles Teil. 776. Am KV-1S. Schlecht, oder? Schlecht, oder? Schmerz. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Fahrer verrundet. Wir können nicht mehr so schnell fahren. Volltreffer. Wir haben sie. Wow, wo waren die doch Schuss hier? Oh, scheiße. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kommt der D-Max Packner doch, ey. Oh, jetzt wird unser Basis noch eingenommen. Super. Kette repariert. Weiter geht's. Kommen wir mehr schnell genug dorthin. Der D-Max wird mich auch wahrscheinlich kaputt schießen. Ja. Aber extrem geil, ey. Boah, hat der Schaden rausgekloppt. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Also, ey, krieg ich die Schaden raus. 2.297. Sechs Schuss, fünf Treffer. 1.550 potenziell erhaltender Schaden. Das ist auch viel. So, ich habe 18.800 mit Premium-Credits rausbekommen. 8.658 hätte ich ohne bekommen. So, wie ihr seht. Mir fehlen noch die Credits für den Motor. Das Funkgerät hatte ich. Und dann gibt es halt hier die zwei. Kann ich euch mal zeigen, wer das so nicht kennt. Seht ihr, das ist halt die 7 und 8. Und die haben eigentlich die identische Werte, ja. So, nur sie, das Geschütz ist, das andere ist ein bisschen schneller. Und ein bisschen genauer. Jo, aber braucht dann halt Forschungspunkte 21.400. Ei, ei, ei. Okay, wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder. So, da bin ich wieder im nächsten Zusatzgefecht. Mit dem Panzerkampfwagen 1, Ausführung C. Das kleine Monster. Äh, bababam. Spiele die Minen. Reines Dreiergefecht, das ist gut. Okay. Der Panzer hat schon 9 Stunden gespielt, diesen Panzer hier. Bewegung! Alter, der ist unglaublich schnell. Eine Art hier. Okay. Volltreffer! Volltreffer! Untertitelung des ZDF, 2020 Umstreffer! Ja! Den haben wir fertig gemacht! Boah! Haha! Der Gegend fröhlt durch ihre Panzerung! Ja, den voll durch die Panzerung! Ich werde mich auch da hinstellen, da ist ein guter Platz! Ich werde mich auch da hinstellen! Wenn ich aufpasse! Wir haben sie böse erwischt! Geheimnisches Fahrzeug ausgeschaltet! Volltreffer! Erwischt! Volltreffer! Da lädt der noch so schnell nur die Sauna! Ich war noch ein AMX, da komme ich nicht durch! Oh, die kommen da unten hin! Oh! Die kommen da unten hin! Das Ding ist hier so hellegeil! Der macht mir so Bock! Das gibt es doch gar nicht! Da! Da! Das gibt es jetzt! Ja! Zack, quick ist man. Wirkungstreffer. Das ist sau unfair, der Klein. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Panzerung nicht durchschlagen. Das ist doch mal echt geil. Der macht ja echt Bock. Kann ich empfehlen, das Ding. Der ist nicht schlecht. Richtschütze. So, was haben wir dann hier an Schaden? 640 Schaden haben wir hier noch gemacht. 800 Silbererfahrung. So, 202 Schuss abgegeben. 158 Treffer. Jo, 16.300 Credits mit Premium rausbekommen. Und 10.600 ohne Premium Account. So, was hätte ich dann da noch? Fahrzeugerfahrung 2.4. Ja, dann spiele ich noch ein paar. Der macht nämlich echt Bock. Okay. Wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder.